Tja, von wegen. Merkt man nicht, dass ich gerne Witze auf Kosten eurer Kommentare mache, oder? Einen wunderschönen Tag, meine Freunde, und willkommen zurück zu ARK-LAL. Wieso ARK-LAL jetzt? Ja, derselbe Dully, der diesen tollen Vorschlag mit Thunderstrike gemacht hat, hat tatsächlich einen Vorschlag gebracht, der mir durchaus zusagt. Ja, LAL steht dann so im Sinne von Leben am Limit. Ja, finde ich eigentlich recht passend. Ich denke, das kann man so übernehmen, sofern da keiner was gegen hat. Also ich meine, Thundercrack ist natürlich eine Nummer, die muss man erstmal überbieten. Aber, ja, ich denke, LAL geht auch fit. So, bevor wir jetzt mit irgendwas weitermachen, würde ich sagen, erstmal Upgrade auf Metallwerkzeug. Und wir schauen direkt mal weiter, dass wir gleich einen Ehemann für die Gisela finden, würde ich sagen, ne? Oh, da fällt mir gerade ein, die Gisela müssen wir auch noch abholen. Dafür wäre ja so ein Trikesattel eigentlich gar nicht so bad, ne? So, Holz, Leder, Trikesattel. Wunderbar. Ah, ich habe schon wieder so ein verkocktes Level abbekommen, ne? Machen wir mal noch ein bisschen Laufmitgeschwindigkeit. 140 ist das Ziel, peilen wir an. Gisela, bist du noch da? Jo, guck mal da. Der Gisela. Guck mal hier, Gisela, ich habe einen Sattel für dich. Auf deine alten Jahre wirst du jetzt auch nochmal geritten. Gisela. Oh, die Gisela hat direkt mal reingelegt, ey. Gute Gisela. Und geschissen hat sie auch. Ne, du bist ja ein Top-Mädchen. Komm, wir gehen nach Hus. Schön, klasse. Mach mal hier Vollgas. Attachie. What the... Alles klar. Damit erklärt sich also, äh, ne? Warum ich da so weg Super Saiyajin wurde von dem Trike am Anfang. Jetzt könnte man theoretisch sogar sagen, okay, das ist ja eigentlich anscheinend ein Bug gewesen, wodurch du gestorben bist. Kriegst dein Leben zurück. Aber nein, ich bin Hardcore Survivor. Ich brauch das Leben gar nicht. Aber, wisst ihr, was wir jetzt auch Schönes haben? Dadurch, dass wir jetzt den Trike haben, ne? Ed Gisela. Ja, falls jemand sie ansprechen will. Betitlung Ed Gisela. Also nicht Ed, sondern Ed, ne? Kölsch halt. Auf jeden Fall können wir jetzt, wie die letzten Geier... Oh, guck dir das an, ey. Narcotics ohne Ende. Das ist einfach nur... Oh, das ist wunderschön. Gisela ist am Anfang natürlich nicht nur, äh, eine Zugstute für uns. Also, eine Zugstute ist jetzt vielleicht die falsche Bezeichnung. Ich meine natürlich eine Legehenne, ne? Ähm, nicht nur das. Nein, tatsächlich ist Gisela auch unser erster Dino. Und ich hab übrigens hier schon mal zwei Eier gefunden gehabt. Aber die kommen alle schön auf... Oh, das ist ein Stego-Eier. Kommen alle schön auf Lager. Alles rein mit dem Bums. Warum tue ich das hier rein? Dann kann ich auch direkt in die Smiffy reinschmeißen. Äh, ist auch unser erster Kampf-Dino. Mehr oder minder Kampf-Dino. Nennen wir es, äh, Gisela die Starke. Ja? Hier können wir mal wieder Dünger reintun. So fällt mir gerade ein, ich hab Kacke dabei gehabt. Ich komm wieder nicht zum, äh, zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Also, Gisela ist jetzt auch unser erster Dino. Dazu kommt aber jetzt noch, dass wir auch noch... Natürlich, wir haben ja jetzt Obst, ne? Das heißt, wir müssen auch das Obst schön räuchern. Also, nicht nur Obst, sondern auch Gemüse und ganz tollen Scheiß. Das wollen wir alles geräuchert haben. Äh, nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht geräuchert haben. Äh, wollen wir das länger hält. Das wollte ich sagen. So, das wollen wir natürlich. Und deswegen packen wir das ganze Gedöns in die Räucherkammer. Und gleichzeitig müssen wir ja auch noch gebratenes Fleisch räuchern. Räuchern, ne? Weil, das brauchen wir für das eine oder andere Kibbel auch. Und, äh, äh, scheiße. Äh, Zündpulver hab ich noch nicht gelernt. Brauchen wir auch. Also, das sind alles so Dinge... Dinge über Dinge über Dinge, wo, ne, noch getan werden müssen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das machen wir hier alles mal ganz fix und kurz und fein. Und dann kommen wir zu dem Eigentlichen zurück, was ich tun wollte. Was denn da war? Der Gisela, nen Herbert Zähn. Ne? Da haben wir auch schon festgelegt. Weil, gleiche Logik wie bei einem anderen, äh, Trike. Gleiche Logik wie bei der Gisela. Niedriges Level. Deswegen, äh, ne? Opa, Trike, quasi. Aber, ne, die brauchen ja ein bisschen was auch zum, äh, ne? Hier als, ähm, ich sag mal, befeuernde Kraft, nennen wir es mal. Die dem Ganzen, äh, den gewissen Kick gibt, ne? Damit auch hier fröhlich Eier gelegt werden. Denn wir wollen ja die Eier haben. Jetzt hab ich auch gerade festgestellt, ich hab keine Pfeile. Hab gerade die ganzen Materialien, die ich benutze, um Pfeile zu craften. Äh, wir haben die weggeschmissen. Gut. Was bist du denn hier? Äh, oh mein Gott. Ich dachte gerade, Gisela wär tot. Holy shit. Gisela. Gehtet ihr gut? Hier ist es dunkel, ne? Ja, da müssen wir mal hier wieder die Fackel an den Start bringen. Wir schauen uns mal hier um. Bist du, Herbert? Nein, du bist ein Weibchen. Oh, aber noch ein Weibchen. Das ist gut. Wir brauchen die Eier auf jeden Fall. Pass auf. Wir haben folgendes gelernt. Und Ete hier ist keine große Gefahr, ne? Ist, obwohl, Moment mal, da war ja was mit diesem Anlauf gedöhnt, ne? Wir gehen auf Nummer sicher. Wir, äh, gehen hier hoch. Und schießen sie von hier aus an. Wir pfeifen unsere Dino Boys auf Passiv. Und jetzt, zack, guck mal, ein Treffer. Jetzt mach nicht wieder so einen komischen Super Saiyajin Charge Move. Geht der auf den Fuß? Jawohl. Und? Nein, ich hab... Oh, zwei Pfeile. Easy. Perfekt. Direkt gezähmt. Super. Das ist dann, äh, Nummer zwei. Diese... Oh! No! No! Okay. Ähm. Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein. Fuck! Ich brauch das Leben gar nicht. Wir haben schon das zweite Mal gestorben. Das gibt's doch nicht. Oh, weia, ey. Dieser blöde Trikstun. Wer bist du denn jetzt, ey? Bist du, Herbert? Nee, du bist auch nur noch eine Henrietta oder whatever. Oh, ich betäub mich direkt, ey. Fuck, wo kam die denn her? Du blöde Kuh. Dich zähl mich als nächstes. Ja, da ist es nämlich wieder. Guckt euch das an! Habt ihr das gesehen? Das ist komplett unfair, was die Trikes machen. Das... Das kann nicht geduldet werden. So, wenn du jetzt hier im Wasser einschläfst, dann ist mir das auch egal. Und wenn du... Er säufst. Du blöde Funz, du. Und er säufst du? Nö. Verliert nicht mal Sauerstoff. Das ist doch ein Witz. Da... Okay, Leute. Zum Glück ist... Ja, kommen wir da mit dieser Situation, kommen wir jetzt quasi direkt super Übergang zum nächsten Thema. Ja, und zwar wollte ich nämlich schon angekündigt haben, dass ich mir überlegt habe, wenn ich die Challenges immer nur alle fünf Folgen mache, ja, dann dauert das im Prinzip... Dann dauert das quasi immer zehn Tage, bis ihr überhaupt eine Challenge zu sehen bekommt. Deswegen habe ich mir gedacht, versuche ich, also ich möchte nicht versprechen, dass es immer so sein wird, aber ich versuche es hinzubekommen, dass wir jede dritte Folge eine Challenge machen. Dann haben wir vielleicht nicht jede dritte Folge einen Gast dabei, aber sonst irgendwann... Also sonst dauert es halt zu lange, bis was passiert. Also ich sehe das ja, was ihr fleißig an Kommentaren reinballert bezüglich Challenges und so, ne, was man denn machen könnte und was möglich wäre. Aber... Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie halbwegs auf die Kette kriege mit dem Erzählen. Und zwar, ähm, gibt es ein Problem. Wir müssen halt gucken, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass man das besser sieht. Also, dass man besser sehen kann, ne, weil jetzt zum Beispiel, ich... Oh Gott. Okay, um es kurz zu fassen, man braucht einen besseren Überblick über die, über das Voting-System der Challenges. Wisst ihr, was ich meine? Denn zum Beispiel, aus der ersten Folge ist eine Challenge ganz doll hochgevotet geworden. Äh, genau, das ist deutsch. Es wurde eine Challenge sehr weit hochgevotet. Oh, da gehen wir schnell mit Level 4. Ähm, und zwar war das die mit dem einen schönes Haus bauen, ja. Jetzt haben wir aber unter der zweiten Folge die Challenge, den Spino, der mich am Anfang gekillt hat, zu töten, auf... Ist extremst auf Aufholjagd. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ding morgen die eigentliche, die erste Challenge überholt hat. Das heißt, um das jetzt nochmal zum Stechen zu bringen, würde ich sagen, mache ich jetzt eine Abstimmung hier rechts oben in so einem Gedöns, ne. Da könnt ihr dann abstimmen. Entweder wir machen die Basebauen-Challenge, die ja jetzt nicht unbedingt schwer sein wird. Äh, nicht unbedingt schwer für mich schon als hässlichen Basebauer-Dude, klar. Aber sie wird auf jeden Fall nicht so mega spektakulär, sag ich mal, ne. Also, ich sagte immer, ohne euch jetzt beeinflussen zu wollen, ich persönlich hätte mehr Bock auf die Spino-Challenge. Ich finde die Idee echt cool und das würde ich auch gerne in Angriff nehmen. So, wir nehmen jetzt mal hier gerade das Zeug da rein. Ähm, was aber das Ding ist, ja. Es hieß, hol dir dein Leben zurück. Das heißt, ich würde quasi dafür ein Leben wieder bekommen, ne. Ich bin jetzt schon auf 3, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und, äh, dementsprechend wollte ich hinzufügen, dass ich ein Angebot hätte, ja. Ich würde sagen, ähm, ich hole mir einen Gast dazu, ne. Den Gast werden wahrscheinlich viele von euch kennen, aber ich sag jetzt nicht, wer es sein wird. Ähm, dieser Gast. Und dann, dann, Moment. Und dann bauen wir die Challenge weiter aus. Ich lege noch einen drauf. Ich sage, ich, ich, ich töte diesen Spino nicht. Ich räche mich nicht, indem ich mich töte. Sondern ich zähme ihn mit diesem Gast zusammen, nur mit Steinschleuder. Okay? Das ist das Angebot. Dafür bekomme ich zwei Leben zurück. Das wäre so meine, mein, mein Deal an euch, wisst ihr? Weil offensichtlich, äh, brauchen wir hier was gegen die Trikes. Das habe ich mir überlegt. Und, äh, wie gesagt, dann machen wir jetzt oben so ein Voting. Da kann man ja hier mit der YouTube-Vote-Funktion, dann könnt ihr da nochmal abstimmen, was wir machen sollen. Und das, was gewinnt, das, äh, werden wir dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Und dazu hole ich mir einen Gast. Und dann werden wir das Ganze machen. Äh, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, because offensichtlich brauche ich Leben. Goddammit. So, was wir jetzt unbedingt auch noch brauchen, äh, also eigentlich nicht unbedingt, aber was wir jetzt auf jeden Fall machen können, muss man dabei sagen, ist ja jetzt auch ein Kochtopf. Denn, äh, wir können ja jetzt mehr oder minder unser erstes Kibbel herstellen, ne? Das Einzige, was uns dafür noch fehlt, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf, are you kidding me? Mir fehlen zehn Steine, das ist doch ein Joke. Moment. Ähm, das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hab, fehlen uns genau, das sind gar nicht Steine, das sind alles Muscheln. Äh, dann, wenn ich das richtig im Kopf hab, dann fehlen uns genau zwei Sachen. Und zwar, ähm, gebratenes Fleisch und, äh, gebratener Fisch. Das heißt, wir müssen kurz ein paar, äh, ne, Meeresbewohner schlachten. Ja, äh, hoffentlich klappt das, ne, und geht gut. Äh, hallo, hin, hallo, so, okay. Äh, ich kann auch direkt mal so ein paar Wasserschläuche machen, weil die brauchen wir sowieso. Da, eins, zwei, drei, vier. Wunderschön. Äh, gut. Gut, denn, ne, wenn wir das erste Simple Kibble machen, also wir können ja jetzt anfangen, das Simple Kibble herzustellen. Wir haben ja tatsächlich schon, schon zwei Triceratops-Eier. Es ist natürlich dann auch die Frage, wie viel Kibble brauchen wir jetzt genau, wenn wir, angenommen, ein Level 100 Triktame wollen, ne? Wobei ich da, glaube ich, ehrgeizig bin und auch direkt sagen würde, äh, ich würde da gerne 130 Aufwert suchen, ne? Äh, Max-Level ist übrigens 150, der Dinos. Das war übrigens, war auch eine der Fragen, die noch gestellt wurden. Um das mal kurz zu beantworten, kurzerhand. Ähm, ja, und jetzt heißt es erstmal, äh, Moment, kurz die Kacke hier reintun. Oh, ich war ein bisschen unfair, sehe ich gerade. Hier, das kann eine noch hier rein. Äh, ja. Okay, gut, dann gehen wir kurz jagen. Bedeutet, äh, wir brauchen ein bisschen... Oh, guck mal, nehmen wir doch mich als, als, als gebratenes Meat, wa? Ha! Gibt's was Leckeres als mich, was Leckeres als mich selbst? Ich denke nicht. Da, ach man, ey, gieße da. Schließ im Weg. Olle Schnäpfe. So, Rinder mit. Oh, wir haben sogar gebratenes. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, äh, es fehlt eigentlich nur noch, bap, 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 ein bisschen wat von den Fijis, ne? Guck mal, wer, wer heizt mit Stroh? Das ist, äh, das ist praktischer. Also, im besten Fall finde ich hier irgendwas, äh, rumschwimmeln. Da! Oh Gott, ich habe Glück. Schaut mal hier. Ist doch direkt, was kriege ich dich mit der Axt umgehauen? Na komm, ich geh mal, äh, Nummer sicher ist jetzt hier übertrieben. Aber ich mache es mal lieber so, dass du auch nicht abhauen kannst. Zack. Perfekt. So. Geil. 22 nur? Das ist ein bisschen sehr wenig. Gucken wir mal, dass wir da direkt noch einen, äh, erschießen. Mal hier. Zack. Und du auch noch. Wunderbar. So, denn das Ganze brauchen wir unter anderem, ne? Zusammen mit noch ein paar Bären brauchen wir das für das Kibbel. Und dann, äh, nicht alles auf. Das wäre es noch, wenn ich jetzt noch ertrinke und deswegen Leben verliere. Oh, hier ist es nebelig. Und dann können wir gleich mal Ausschau halten, ob wir eventuell schon, äh, guck mal, du stirbst auch noch. Ob wir eventuell hier auf der Insel vielleicht sogar schon einen High-Level-Trike haben. Bitte was? Wie langsam hast denn du Luft geholt? Ich war gar nicht so lang über Wasser. Äh, ja, ne? So, aber kümmern wir uns erstmal gerade darum, dass wir das erste Kibbel herstellen. Damit ich dann auch quasi weiß, okay, ich mach das hier jetzt gerade richtig. So, okay, dann schauen wir mal. Wo sind meine Trike-Eier? Da sind die Trike-Eier. Das gebratene, äh, Fleisch hab ich. Dann nehmen wir noch den gebratenen Fisch. Und die Eier. Ich weiß jetzt nicht, welche Bären ich brauche. Deswegen pack ich mal dat, 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 dat. Kommt einfach alles da rein. Plus das noch. Äh, und das noch. Und mich ein, was du sagst, raus mir sonst rein. Ach so, ah, halt, die Karotten fehlen noch. Moment, Karotten. Braue ich die von oben holen, habe ich hier. Nehmen wir mal die Hälfte raus, weil die vergammeln so schnell. So, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich hab Fiber vergessen. Yay, es ist was passiert. Simple Kibbel. Uh, okay. Es hat funktioniert. Perfekt. Dann lassen wir das zweite auch direkt durchbraten. Und, äh, dat kommt schon mal in den Kühlschrank. Ja, toll. Okay. Dann haben wir damit unser erstes Kibbel hinbekommen. Ja. Ich werd dat kontrollieren, wie viel wir brauchen, für den High-Level Trike zu zähmen. Und, dann schauen wir mal auch, wat man, wofür man dat sonst noch so nutzen kann. Dat ist auch schon das zweite. Geiler Scheiß. Ihr habt's jetzt wahrscheinlich gerade nicht gesehen, weil ich's ein bisschen geschnitten hab. Äh, aber in der Zeit ist hier auch unsere, äh, weitere Trike-Name fertig geworden. Ich hab jetzt nur leider den Namen vergessen. Verdammte Scheiße. Was hab ich denn gesagt? Gisela? Äh, Herbert soll dat Männchen heißen? Äh, wer ist er denn jetzt? Äh, sie denn? Gisela? Äh, Bertha? Oder sowas? Ach komm, Bertha geht fit. Ist schließlich ne alte Frau. Oh, Bertha und, äh, ja, weitz. Sie ist auch schon fertig. Ey, dat ging ja jetzt schneller als gedacht. Na gut, dat ist direkt am Anfang der Folge getamed, ne? Deswegen ging das so schnell. Ich hab jetzt den Namen vergessen. Dann sag mal jetzt, äh, Hannelore. Ich weiß nicht, ob dat so richtig geschrieben ist. Aber sagen wir mal, dat ist so. Wir haben jetzt auf jeden Fall, haben wir hier ne dicke Gang an Omi-Trikes, ja? Das muss man dabei sagen. Wenn jetzt diese Omi-Trikes noch nen Opa-Trike hätten oder vielleicht so nen richtig jungen, knackigen Wurschen-Trike, der hier mal ordentlich, äh... Gut, dann mach ich mal noch kurz nen Rundgang um die Insel herum und schau mal, was, äh, diese Insel noch an Trike-Population zu bieten hat. Oh, Level 116 Weibchen. Okay, eventuell wird das doch, äh, das erste High-Level-Weib... Äh, blööö, der erste High-Level-Trike von, für uns. Das ist schon wieder ein Weibchen, das ist ne, das ist ne, das ist ne Weiber-Insel hier. Gibt wirklich keine Männchen. Auch Weibchen, Level 12, das kannst du nicht. Also, falls ihr euch tatsächlich fragt, warum ich unbedingt ein Männchen will, ne? Äh, wenn Männchen und Weibchen zusammen ist, dann legen die schneller Eier. So, weil die sollen ja eigentlich nur rumstehen und Eier legen. Hier ist jetzt kein anderes Strike mehr da. Oh, aber zwei Bronto-Eier. Ja, was hast du denn du für ein Level hier? 44. Eigentlich sollte das keine Gefahr sein, aber... Nein, 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 nein. Ich lass die Finger davon. Ja gut, äh, was machen wir denn jetzt? Scheiße, jetzt haben wir hier nur Männchen rumlaufen, äh, nur Weibchen rumlaufen. Wir brauchen eigentlich ein Männchen, das heißt, wir müssen irgendwie die Weibchen loswerden. Na gut, da wir leider keine Wahl haben, wir brauchen unbedingt noch ein Männchen. Das bedeutet, wir werden jetzt, äh, ich sattel mich jetzt hier auf die Gisela drauf, ne? Die ist jetzt nicht die stärkste. Ja, klar, weiß ich, aber sie bietet Schutz. Wenn ich auf der Gisela drauf... Alles klar. Wenn ich auf der Gisela drauf sitze, dann kann ich zumindest nicht, ne? Kriege ich keine Nackenschelle von der Seite und bin dann wieder gestunt oder so ein Gedöns, ne? Deswegen, Gisela, MVP. Okay, schauen wir mal, ob das Ganze auch in der Praxis funktioniert oder ob ich jetzt ein Leben verlieren werde. Mal wieder. Oh, lol. Dein Ernst? Ah, Moment. So geht's. Verreck. Keiner braucht dich. Du bist nur wieder... Oh, oh. Da hinten kommt noch wer. Ich glaube, das ist nicht gut. Kann ich dich irgendwie... Geh weg. Ah, scheiße, das ist das High-Level-Trike, oder? Nein. Hör auf, Anlauf zu nehmen. Hast du dir das High-Level-Trike? Ja. Oh no, Gisela. No. Schnell. Ins rettende Wasser. Man merkt, dass das Ding High-Level ist. Lass mich in Ruhe. Das war eine blöde Idee. Scheiße. Geh weg. Lass mich. Sind wir wieder Freunde? Ja. Nee. Doch noch nicht. Oh, oh. Oh, scheiße, ey. Ja, wir sind so halb, Freunde. Ah, 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 ah. Und wer? Das ist... Okay, Gisela. Rest in Pepperoni. Aber ich lebe noch. Okay, sie hat nur Hass auf Gisela. Ja, gut. Dann nennen wir das... Oh, oh. Gib mir schnell den Sattel. Gib mir schnell den Sattel. Wir nennen das Ganze... Das Leben und Sterben der Gisela-Triceratops. Scheiße, das ging ja mal volle Garniniose. Ähm, gut. Ähm, ja. Wie gewonnen. So zerronnen. Oder so. Ähm, Moment. Mir fällt da... Ich hab ne Idee. Wenn ich jetzt einfach... Äh, so mache. Haha, Gisela! Du hier. Ja, lang nicht mehr gesehen. Äh, gut. Äh, ich würd sagen, das war so mehr oder minder semi-erfolgreich. Äh, ich denke, wir machen hier besser Schluss an der Stelle. Äh, ja. Äh, lal.